Ladies and gentlemen, boys and girls, willkommen zurück zu hier zur Forrest, Porrest, Schmorrest, Dorrest, Poporrest. Weiter geht's hier, am helllichten Tag. Ja super, wenn jetzt Sommer wär, wär ich hinter Forrest hinterher. Jo, weiter geht's hier. Wie versprochen, mit einer XL-Folge. Jo, hier wird wieder gehackt, gespackt, gequasselt, geschissen, geschmissen, getreten, getötet, wat wat ich, gefressen, gekannibalistis, oder kannibalistis, kannibalismus, wat wat ich, ach, Kremia Moos, in Norddeutsch gesagt. So, jetzt wird hier richtig geackert. Scheiß auf die Kannibalen. Scheiß auf die Lurchens. Egal. Da kraulen wir uns lieber am Gemüse und spielen nochmal lieber eine Runde Flippern. So, bevor es jetzt losgeht, werde ich mich nochmal hier auf die Bank setzen und noch ein bisschen erholen. So, ja, unser Traumhaus hier, richtig cool, noch nicht fertig, aber macht da nix. Wir haben schon mal ein Dach über den Kopf. Zwar ein bisschen durchschlitzt, wie eine, ja, möchte ich nicht betonen, aber gut. So. Ja, ist ein bisschen blöd gemacht hier, dass wir uns ein bisschen ducken müssen, aber macht nix. So, das, was wir jetzt gleich machen werden, wir werden jetzt nochmal ein bisschen Holz sammeln. Mal für unsere Falle hier. Und dann ziehen wir einmal gleich ins Dorf. Ah, ne, wir machen, ihr wisst ihr was, wir machen das am besten mal jetzt. Das ist das Überfallkommando. Let's get ready to Rambo. Die Dinger sehen irgendwie aus wie Dildos. Ganz ehrlich. Aber sowas würde ich auch nicht freiwillig unten, ja, reinstecken. Bisschen Kleidung hier, super. Irgendwie da zu viel davon. Na ja, na gut. Dann werden wir ein bisschen hier den Cola-Markt ausrauben. Wupp. Wupp. Da noch ne Cola, da ne Cola, da ne Cola, da ne Cola. Und da ne Cola, super. Und da ne Cola, wunderbar. Gut. Noch ein bisschen Kloß einsammeln. Für unsere Kondom. Für Kannibaren. Ah, wunderbar. Auf dem richtigen Wegpunkt. Jupp. Was soll ich mit den Steinen immer? Weg damit. Da. So. Dann düsen wir mal wieder zurück. Und das ist ja das genau, was wir brauchen. Es war ne kleine Schnapsidee, aber macht nix. Auf jeden Fall kommt das besser. Von meiner Sicht aus. Wenn wir die Bäume hier mit Dynamit umschmeißen. So. Und froh sein. Bäm. Bäm. Mich in die Richtung. Nein, 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 nein. Ja. Fickbomben. Scheiße. Ah. Leck mal die Hans und Franz. Das kann doch nicht angehen, ey. Was war das denn jetzt für ne Krückenarbeit? Scheibendreck. Oh. Leckobombe. Na gut. Können wir wieder herrichten. Glaubtsache. Unser Katapult ist durch. Wolltest du zu angewinnen? Feuerzeug. Na gut. Schizzle-Mizzle-Fackel-Backel. Na gut. Blatt ist noch nichts anderes übrig. Müssen wir halt wieder ackern. Wie gesagt. Shit auf die Kannibalen. Ein paar bunten Stiften Zäune hier wieder. So. Bäm. 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 Erinnere mich gerade ein bisschen an den Nokia-Sound. So. Wupp. Das ist doch schnell gemacht. So. Zündelbündel. Wupp. Und gleich nach vorne. Wunderbar. Und BING. Yes. Sauber. 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 Ich baue ne Festung und ihr nicht. Ihr Scheiß-Kannibalen geht bei der Gay-Hotline rein. Da ist es für euch besser. Tralalalala und wieder ein Lurchi Hallo Lurchi Lalalalala Lallala So, dann nehmen wir gleich mal So, ein Hackelbeil Iiiiiiii Bäm Oh, noch einer. Oh, gleich zwei! Doppelsurvival. Cool. Klasse. Hab ich auch noch nicht hingekriegt. Cool. Super. Wie so ein Double Date. Allerdings mit einer Flugzeugaxt. Cool. Zack. Uiiii Ja, Leute. Und? Wie war euer Ostern gewesen? Wart ihr schon alle brav auf dem Osterfeuer gewesen? Oder war die zuhause? Musste sie arbeiten? Habt ihr gewi- Ja. Gechillt. Jetzt mal nett ausgedrückt. Oder wie die Jugendlichen sagen. Oder was ich. Ich würde jetzt sagen, habt ihr gewixt. Oh. Bäm Hallo, Frühlein. Das bleibt doch mal hier, meine Güte. Da kommst du hier nicht, du! Also, ne, wie sagt man? Survival! Wunderbar. Gleich noch mal ein bisschen Fleisch wieder. Fleisch von Rügenweiler. So. Da haben wir unser Zaun gleich wieder. Beck. Einer geht noch rein. Dann nehmen wir wieder mal Dynamit aus. So. Licht an! Licht aus! Und Spotter anbauen! Feld! Bingo! So, wie sich das gehört. Yes! 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 Zack! So! Recovered by... Forest! So. Dann werden wir hier nochmal weiterbauen. Ich baue jetzt ne Festung und ihr nicht. Das ist doch wunderbar. Leck mich doch fett. Ah, gut. So. Dann werden wir... Was war das denn grade im Hintergrund? Ich wurde grade angeschrieben. meinem Let's Play-Up-Kollegen. Wir wollten ja auch zusammen ne Aufnahme starten. Aber... Mehr will ich dazu nicht verraten. So. Ich hoffe mal jetzt... Bitte! 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 Ja! Bingo! Ein glatter Durchschuss. Wie eine geleckte Baumrinde. Haha! Sauber, sauber, sauber. Bingo! So. Super! So hab ich das doch gern. So, von nem Shit haben wir genug. Der hat schon wieder Hunger. Hier ist ein Schlepptop. Da ist bestimmt gleich... U-Porn drauf. Mal eben mal gucken. Nein! Kein U-Porn! Auch kein Apple! Gleichzei... Äh, hallo? So! Das ist ein... Platine-Tap. Jo! Da würde ich euch, äh... Free-Sex empfehlen! Nein! Doch! 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 Für Kannibalis! Yeah! Bingo! So! Tschüssl, missl! Bam, bam, bam! Wupp! So! Einer noch! Einer noch! Na toll! Kein Dynamit mehr! Shit! Na gut! Müssen wir jetzt... Äh... Haier! Haier! Ja klar! Ja! Ich muss auch gleich in die Haier! Haha! Na, nochmal hau-zacken! Wird ja eh bald dunkel! Hm! Ja! Und wie gesagt, wenn ich gleich schlafen gehe und wir uns wieder in der nächsten Folge sehen, empfehle ich euch alle, bitte die Hände über die Bettdecke zu lassen. Denn... Kratzen nachts kann zu Halbträumen führen. So! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Wupp! Bingo! Yes! Klatsch, tratsch, 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 tratsch by Forest! Klatsch, tratsch, 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 tratsch by Forest, 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 forest! Boom! So! Schon fast fertig geflippert! Na Gott! Dann werden wir gleich mal pennen gehen! Nein, die Pilze fressen wir nicht! Dann fliegen wir! So! RWE! Ne! Ist hier kostengünstig! Mit diesem Dreiecks-Pimmel! Ja! Sieht fast wirklich aus wie so ein Dreihoden... Aua! Ich dachte, ich werd davon nicht getroffen! Hä? Okay! Ah! Okay! Boah, davon werden wir nicht verletzen! Das ist gut! Das ist gut! Zwar unrealistisch, aber trotzdem, das ist gut! Gut! Guti! Dann werden wir uns mal... Ne! Wir werden noch mal kurz... Ja! Steine hier reinschmeißen! Äh, reinschmeißen! Meine Güte! Nein! So! Dann sind wir schon mal bewaffnet! Na ja! Können wir hier ein bisschen drehen, wenden! Da und da! Ne! Hehehe! Gut! Gehen wir mal wieder... In die komische Kreischhütte! Und dann werden wir auch kurz mal... Henkers Mahlzeit hier aufhängen! Und dann werden wir gleich mal pennen gehen! So! Dit noch! Der Luchi! Ein bisschen Rüstung! Klassomat! Ich hab ne Cola! So! Und darauf trinke ich jetzt! So! Dann gehen wir mal wieder zurück! In unseren Drecks! Oh! Kommst du gerade richtig! Fahrrack! Schlumpenvieh! Oh! Den Kopf kannst du behalten, du! Ich bin kein Kopf der Däger! Ey! Hier ist noch so ein... Dildo Luchi! Sauber! Na komm mal mit! Dich kann ich auch noch über Augen! So! Pudi! Dann... Gehen wir jetzt mal wieder in unseren Bunker! Scharfen gehen! Und an dieser Stelle verabschiede ich mich nun! Und wir sehen uns dann gleich wieder! Also... Bleib dran! Bis gleich! Bye! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR